Als die Helden den dunklen Wald verließen, war ihnen leichter ums Herz. Rosabelle zufolge führte der schnellste Weg zum Schloss durch die höhlenartigen Tunnel. Der Weg führte nach unten, unter den Wald. Unter den Wald? Ist das die Möglichkeit? Nein, geht da noch was? Geht das noch tiefer? Wir sind keiner von diesen Sprechen, die wir noch tiefer sehen begegnet. Ja, es gibt nur noch ein, was tiefer sehen kann. Das ist das Niveau. Ohohoho. Ah, warte, 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 warte. Aber da hast du schönen Bass bei dem Spiel. Merke ich jetzt erstmal mit meinem Headset. Hier ist das Problem. Hier ist das Problem. Bitte? Müsst erst mal lauter machen. What the fuck? Ach, warte mal. Wir müssen ja hier das gießen, ne? Ja, wir müssen Wasser in das System bringen. Ich weiß gar nicht. Ist Captain Future noch da? Da, unser Systemanalytiker. Oh, ihr seid, was macht denn ihr? Na, klasse. Oh, ihr seid solche Helden. Komm, wir gehen weiter, dann ist der nächste Safe Point. Merk schon. Ja, sehr gut. Und tot. Scheidengleister. Ich hab ja nur davon, wenn er mich da unten halt. Wir werden alle sterben. Nee, ich hab's alle mit dabei. Ach, hier geht's runter. Cool. Ja, cool, die Dinger. Boink. 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 Pinky with the Brain. Boinky, 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 boinky. so wie machen wir nicht immer weiter vorher lang können mal das wird sowieso ein kunststück mit taube auf so einem drehen den ding stehen hat er stoppt schön legt uns meine planke das ist schon mal elegant gestorben wahnsinn das heißt ich bin heute als erster gestorben an ihr seid davor schon mal weg gewesen ja weil du hier das das war nicht ich da mag ihr auch danke prima das linke über uns das wäre nicht schlecht danke und jetzt halten 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 pass auf ich mal ich rette mich hier noch aus unglaublich jetzt muss der magier das als jump and runner machen ja guck dir das an weil es bringt noch nicht viel wir müssen das mal selber umleiten wenn ich jetzt hier sind warte ich weiß wie ich selbst umleite ich schieße ein Gravitationspfeil dran jetzt schieße ich die Blase weg jetzt muss das Wasser nach rechts fallen glaube ich auch nicht pass auf es funktioniert ja kommt gar kein Wasser werde ich mal sagen dann machen wir das unter der Blase ihr seid schon in der Blase warte pass auf ich mache es selber und nimm das ding mal weg du kriegst es sowieso nicht hin warte warte niemals warte ich zeig dir wie es geht zack was willst du denn jetzt überhaupt da reichen hä guck mal ah das geht nicht durch eine Blase durch ach was das habe ich dir doch gleich gesagt du leuchte das können wir doch eigentlich ausnutzen ja du musst die Blase nur darunter machen dass das an der Blase lang fließt das passt so nicht ja ich kann sie leider nicht die Statue sieht ein wenig wie die Frau von Amadeus aus wenn sie sauer ist der ist schon weitergewand ohne da drüben geht es ja weiter was ist das Ding dann hier überhaupt da ja um euch aufzuhalten Achtung ich brauch das Schild ähm du musst da schon drüber springen Taube ja das war ja noch besser als ich pass auf du springst jetzt gleich und jetzt das war fast äh das war das mit mehr Power wollen wir doch nicht erreichen wir gehen dann von hier oben aus zurück es ging nur darum dass die Dinger kurzzeitig verlangsamt waren der braucht mich ja gar nicht mehr das ist schon ziemlich stressig für mich hier Mensch halt den doch mal still was machst du mit der Leiche das ist ja ekelhaft Autsch ich bin auch tot und ich muss jetzt hier weiter kommen wo ist denn der Checkpoint dann geh einfach nach rechts durch die Pflanze durch ja die Feiglings Variante so kennen wir ich bin Magier und das mit Leib und Seele geh mal nach links da gab es noch richtig viel zu holen wenn ich jetzt sterbe bist du schuld ja nein da bist du schuld ist doch klar da würde sonst was dafür können wenn du stirbst und da oben gibt es Herzchen für was sind die eigentlich da haben wir das mittlerweile mitbekommen ja da war das Leben einfach aufgefüllt genau naja das ist ja überflüssig ja im westen Teil war es das nicht noch weiter nach links musst du ja verschlagen nachdem wir das kann man jetzt mal wiederbelebt werden ich komme nicht in die Dimension habt ihr gesehen du musst das zur Seite schieben da ist noch was links dort auf der Schaukel links aber siehst du das nicht sehr schön Anna endlich weg der Taube äh äh oh ich bin noch ein Level aufgestiegen und ich kann es mir immer noch nicht leisten diese Tarnverkleidung muss echt gut sein okay Magier wir brauchen einen Stein da naja stimmt ich hab ja magier durchgetackt hier ist ein Stein meine Aufgabe so hammer hier geht's hoch oh 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 Ich komme einfach nicht so weit mit dem Gamepad. Ich komme da auch nicht rüber. Jetzt gibt es da oben was zu holen. Moment kurz. So. Hast du das da oben? Toll, ich bin unten gelandet. Ihr habt mich im Stich gelassen. Da oben gab es noch richtig viel. Da ging es übelst weit. Mach eine Planke und schweb da hoch. Los. Na, kommt mal mit hier hoch. Da gibt es noch richtig viel. Das schaffe ich nicht ohne weiteres. Dadurch schaffe ich. Ich sehe es gerade. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Ich habe alles. Was ist denn diese Kreaturen? Es muss hier etwas im Wasser sein. Oder vielleicht ist es die Erde. Ich kann nicht erwarten, es herauszufinden. Ah, doch dicke Pontius. Ja, ist nicht dick. Ja, ist nur wohl. Du bist... Das ist voll ein Big Boon. Das ist alles. Au. Toll. Nein, spinne, spinne, spinne. Spinne, spinne. Cool, warte. Ach, man. Da oben ist noch eine für dich. Ich werfe sie dir runter. Du hast mich erst mal runtergehaulen. Platz. Alter, was macht der denn da unten? Ich spüre es auch noch wüten. Hier. Geh mal da runter, wo ich vor uns gestorben bin. Mal sehen, ob ich wieder sterbe. Ja, ich glaube, wir müssen erst mal runter, um was zu holen. Hier, Markier. Wir müssen mal nach links schweben. Nee, da geht es nicht weiter. Da stirbt man nur. Du stirbst da nur. Markier, hier links oben gibt es noch was. Ach, was kann man da nur tun? Ja, da kann man nur respawnen. Warte, ich rette dich. Verstehe das alles nicht. Warum sterbe ich immer als Erster? Ja, weil du der tapfere Ritter bist. Wette, du stirbst auch. Am nächsten. Ja, rette mich mal fix. Ich war auch ein bisschen spät beim Haken. Oh, voll ein Big Boon, ja. Typisch Frau. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich kriege es hier alles viel besser hin. Ich komme da durch. Pass auf. Das hier unten muss doch irgendeinen Sinn haben. Kommt mal. Ah ja, Magier, drehe mal das Ding hier unten. Warte, ich muss hier erst mal. Pass auf, so. Autsch, schade. Warte, ich muss mal da runter, dann schieße ich einen Pfeil ab. Genau, so geht's. Heile mich mal, ich kann das recht schnell machen. So, jetzt bleibt gleich hier oben stehen, weil ich bin gleich wieder tot. Oder warte. Machen wir noch eine Säule da runter, noch so einen Kasten. Das ist schön. So, jetzt zurück dafür, dass der Dampf hier weg geht. Oh, Tatsache. Jetzt bin ich tot. Ich wüsste jetzt erstmal nicht, wie du da rüberkommst. Du meinst ja seltenen Sammelgedichte und du machst hier einen Freiflieger. Ich bin drin. Du hast dein Sammler Gemälde gefunden. Gemälde. Guckt mal Escape, damit man es im Video auch sieht, ne? Und weg. Na hier machen sie sich im Livestream über mich lustig. Definition für viel von Big Boon. Weißtück. Autsch. Super, wie komme ich denn jetzt hier weg? Ach, das wird noch gestreamt. Oh Gott. Nein. Oh, ich weiß es nicht. Opfer dich, dann sind wir wieder da oben. Will ich das? Jetzt kommt gleich das Gift wieder. Die Dinger werden schon größer. Wobei, das kommt auch nicht mehr. Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Jetzt geht er mit seinem, mit seinem, mit seinem, mit seinem, ja, Magik-Mobil. Ach, ist mir egal. Ah, was machst du denn? Das ist aber jetzt kein episches Ender. Am letzten Checkpoint. Toll. 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 Äh, warte auf. So, wir müssen hier irgendwie durch. Kannst mal mit der Ansturmfähigkeit versuchen. Du kannst doch einmal hochspringen. Da komm ich nicht hoch. Oh, da schießt du denn hier mit Pfeilen auch nicht. Ja, ich komm da aber auch nicht hoch. Ich bin oben. Ja, weil du noch dieses Fass hattest. Ich hab jetzt ja, ja, jetzt. Da drüben gibt es auch wirklich noch was zu holen, Mensch. Bebe mich mal da links hoch. So, ich bin jetzt hier drüben. Kommt der dann? Oh, da gibt es ja richtig viel. Zwei Stück. Und ja, ja, Tatsache, es sind wirklich nur zwei. Das darfst du auch. Wer auch immer das geschrieben hat, der hatte recht. Hä, es sind immer nur zwei? Komm hier nicht hoch. Super gemacht, Boon. Ah, ich bin tot. Geht's runter? Oh, Hoster, der macht ja alles alleine der Weile. Belebt mich wieder, belebt mich wieder. Ich weiß nicht, ob hier was ist. Soll ich weitergehen, Werock? Nein. Nein, warte. Wir machen das jetzt noch selber. Die ganzen Kisten hier. Sehr schön, Hoster. Geh mal gucken, ob es hier unten was gibt. Nee, da gibt es nichts. Spend your life incorporated. Probieren geht über studieren. Autsch. Ja, jeder wird es verdient. Und Herr Magier, du musst jetzt bis da rüber. Ich? Ach, geh einfach weiter. Und da rüber. Ja, nach rechts musst du. Ja, das ist doch Feigling. Feiglings-Express. Hä, ist doch wunderbar. Es geht schnell, ist sicher. Ja, sicher ist nicht gesagt. Ja, los. Ring, ring. Lass mal nicht weg mit dem Mist hier. Geht's hier denn runter? Ja, hier geht's runter. Oh. Wie die Kobold, die er mit einem rumspringen. Oh, gut, dass du die weggeschmissen musst. Au. Genau, das war's. Ui, noch ein Level-Aufstieg. Jetzt kann ich auch, habe ich auch die Tarnkleidung. Ah, ich kann eine explosive Vogelscheuche bauen. Ach, Mann. Ich weiß, was hier eine explosive Vogelscheuche ist. Ah, hier, wenn ich mich enttarne. Cool. Das ist ja mal super. Nein, weg damit, weg damit, weit weg damit. Mensch, Leute, ihr müsst mal die Sachen abholen, die es ja noch zu holen gibt. Das ist ja... Was sind da Sachen? Na, hier oben ist doch noch alles. Alles. Zwei Stück wahrscheinlich. Nee, diesmal war es nur eins. Alles. Alles eins. Eins, ja, ich weiß nicht, du übertreibst mal maßlos. Ja, jetzt, jetzt, geh mir auch noch auf den Sack damit. Ich geh mir noch auf den Sack. Aber schön gestorben, Taube. Ja, ich hatte auch nur noch wenig Heal. Er hat's verdient. Du brauchst den nicht extra erwähnen mit deinem dämlichen Cheater-Express da, da kann ja jeder rüberschweben. Ich kann's auch ohne, pass auf. Das war echt das Beste bisher. Und ich kann's auch ohne. Das war wirklich das Beste bisher. Ist da drüben ein Wiederbelebungspunkt und so? Wiederbelebungspunkt, ja, richtig. Jetzt geh mal da weiter. So, jetzt geh mal erstmal hier hoch und hol den Rest. Oh, da gibt's ja richtig viel. Oh, ich höre auf damit. Oh, ich bin hier runtergefallen. Oh, krass, 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 krass. Ich brauch bitte mal einen Magier Schieb-Express. Könnten das Wasser gebraucht, brauchen wir irgendwo Wasser? Ja. Ja, wo ich stehe. Und wo stehst du denn, Horster? Na hier, am Spawn. Da brauchen wir Wasser. Da brauchen wir Wasser. Ja, das musst du irgendwie ein Behältnis füllen und dann da. Das müssen wir erstmal abfüllen zu praktischen 1-Liter-Flaschen. So, häng dich mal an dieses Dings dran, dann klappt das. Warte, ich mach mal ein Gletschild. Genau. Perfekt, danke. Das war zu wenig. Oh Gott, das kann ja was werden. Hey! Super Taube! Super! Kipp! Oh! Warte, ich mach das genau. Genau! Tro, lololololololololololo! Bist du bereit? Moment, ich lass's lieber. Ja und ich dreh's falsch. Machst du da eigentlich? Andersrum, der Rock! Jetzt, jetzt, es wächst. Kann ich noch hier rüber? Kann ich noch rüber? Nein! Hier sind ja jetzt Blätter, cool. So, ich habe schon mal das Freefall-Loch hier drüben verstopft. Mit deiner Leiche, oder was? So, ihr könnt mal, jetzt könnte mal jemand den Hebel bedienen. Moment, das mache ich. Okay, doch nicht. Sag jemand anderes. Hier geht es schon weiter. Ja, ich lese. Oh, ich fasse es nicht. Dein dämlicher Non-Gravity-Pile. Oh, hier geht es runter. Ja, klasse. Toll, Hoster. Du hast, das hast du gut gemacht. Hier geht es runter 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 runter. Ihr Schicksal schien besiegelt zu sein, als die Helden durch die kalte Dunkelheit der Höhlen. Und wie sie geht es jetzt schon weiter.